Wir machen heute unseren allerletzten Ausflug mit dem Auto, denn morgen geben wir das Auto ab. Wir fahren jetzt auf einen Berg, der oberhalb von Adelaide liegt und uns vermutlich eine sehr gute Aussicht bieten wird. Wir sind jetzt am Mond Lufti. Das ist die höchste Erhebung hier über Adelaide. So, wir sind jetzt im botanischen Garten hier am Mond Lufti. Vor allem kann man erkennen, dass bald Herbst wird. Wir sind jetzt hier im Hafengebiet von Adelaide und da haben wir einen schönen Parkplatz gefunden. Heide ist jetzt hier mit blauen Dramaten und erst hier kann man tatsächlich mit Kreditkarte bezahlen. Und Heide hat allerdings die Fähigkeit, das auch mit dem Telefon zu bezahlen und deshalb sind wir hier hingegangen.